wieder da wieder da auch ich habe mal eine scharfe wurscht geholt der jubel würde wieder sagen meine wusste jetzt ist es noch gar nicht da warum kann ich kein ding machen warte 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 Uptime 480 brauchen wir Warte, 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 warte Ich bin noch nicht in-game Was ist denn los? So, jetzt müssen wir, ähm, Ehepins Warum auch immer Oh Oh Mit dem schmeißen ewig nochmal Ach stimmt, das ist das, wo immer die Teile... Ah ja, ja, ja Na Claudi steht da faul rum Mal Gas weinen Ja Oh Claudi Claudi bräuchte mal Hilfe Digga Hast du kein Auge hier? Ja, ich bin grad was zu mir stellen Mh, klar, ne Wurst im Mund schieben Super Digga, mach doch mal wenigstens Platz da Wo stehst du im Weg? Wenn ich nicht in-game bin, kann ich nicht aus dem Weg gehen Ja, da musst du mal deinen Arsch bewegen, Alter Entschuldige, dass ich was aufgeschrieben hab So, wer macht denn eigentlich die Calls? Aktuell keiner Wer der fragt Ja, toll, äh Kann man abgeben Ja, Claudi, du musst mal schnippeln Du stehst da doof rum Ja, ich war noch am gucken Hier Ja, guck mal Hier fehlt noch Nudeln Ja Hier fehlt noch Nudeln drauf Abgeben danach Das da Kann man auch abgeben Weil ihr Fleisch verbrennt Ja, ich muss ja hier für zwei arbeiten Ich weiß nicht, einfach mal Sachen drüber, mit denen ihr genug habt Hast du die beiden, äh, kann man auch abgeben Meine Gerichte sind da fertig Ja, das eine ist Fleisch Ja, das eine ist Fleisch Ja, das stimmt, da fehlt ja noch was Faderfleisch Danach wieder, äh Ja, wir haben beide fertig Oh, einfach ruft da Ja, danach wieder, äh Ding Hier kannst du die Pfanne nehmen, ruft da und jib ihm Eure Nudeln Mann, ich wollte das kommen Ja, Digga, du machst mich fertig Entschuldigung, dass ich grad nicht da war, Mann Ich hab doch gesagt, nimm mal einfach die Pfanne Ich hab doch ja nicht im Griff Digga, aber es reicht jetzt auch mal hier mit rüberwerfen, ne Ihr habt, wir haben hier noch hier Na, by the way Digga, machen wir jetzt hier kein Auge, ne So, einmal Fleisch, können wir abgeben Ja, hau doch mal her Fleisch, okay Die Nudeln, ey Ich glaube, wir müssen das nochmal anfangen Ey, krieg die Pickel Also, an mir lag's nicht diesmal Ja, ne, es lag eher an mir, aber Claudi, komm doch wieder nie aus der Porte Äh, wie? Mach doch mal Platz, ey, Fräulein Was ist denn los mit dir? Die Nudeln sind nicht fertig Und wieder gar nichts fertig, oder? Das ist das eine Ja, das ist aber schon So, nur gestorben Ja Danke, Claudia Bitte So, aufpassen, oder wir dann noch kurz holen Komm, wir machen wir hier nach dem anderen, ne Ich mach's mal hier keine zwei, zwei Millionen Sachen über Einmal Fleisch, einmal Einmal Champion Oh Ja, pack doch auf da Ja, Entschuldigung, hier Warte, nicht so viel gleich rüber Nicht so viel Macht mal hier ein Mischli Einmal Fleisch, nochmal Was, was wir brauchen Nudeln 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 können wir brauchen Brauch doch nicht so 20 Millionen Shopping Aber wir brauchen mehr Nudeln Wieso machst du mir die Nudeln? Ich schick's zu blieb Digga, was bist du denn? Bist du völlig Banane darüber? Wie soll ich denn jetzt einmal drauflegen? Ey Das krieg ich jetzt nicht fertig Oh klar, ne, 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 das packst du noch Zu spät So Champion Dann nochmal noch Champion Und das sag ich auch gerne auf der anderen Seite sehen Wenn ich ehrlich bin Digga, ey, wir haben hier noch 3 Champion Jungs Wie viel sollten wir die hier am Anno stecken, oder wie? Champion ist gleich fertig Einmal Champion Ich glaube, wir haben ein wenig Fleisch drüben Nochmal Champion Wo ist denn unsere zweite Pfanne hier? Wo sind unsere Tepper? Hier fehlt noch Nudeln Oh Gott Äh Champion 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 hier drüben Fleisch Dann nochmal Champion Und nochmal Fleisch In den Pfannen Genau Ja, ne, das geht schon Wenn man sich da aufteilt Das passt schon Äh Hier kann man auch gleich abgeben Das passt schon Wir brauchen noch frische Teller Äh Champion kann rauf Danach nochmal Champion 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 ist hier Champion Genau Stopp, stopp, stopp Katze Husch Ich schneid's euch sogar schon vor, Alter Bin ich nicht ein Engel? Äh Nein Doch Alles piepst da drüben Was mach ich denn damit? Dann kann man abgeben Das ist die falsche Reihenfolge Ja Pilze Oh Pilze ist gleich fertig Die fehlen Die fehlen Die fehlen Einmal Das ist ein ja die lag so nebenbei um noch einmal ich schneide ihr du packst drauf ja noch mal schmeißt die 100 million sachen danach einmal fleisch nudeln egal schmeiß es doch rüber einmal fleisch und einmal noch mal fleisch dann einmal fleisch und einmal fleisch nein noch mal wieso danach noch mal fleisch muss das ja schon hat den topf nicht alter really kann man abgeben fleisch die fleisch wird gerade abgegeben einmal fleisch ist drauf und dann nachschauen genau danach noch mal schaden wir haben keine nudeln die nudeln holen gleich zu fleisch unternehmen zwei mal nudeln drauf dann noch mal champion Ah, ich werde dich. Ja. Bald das Fleisch. Wow. Tudelö. Komm, ich baue dich rüber. Ah, kurzer Teil, nicht. Ich werde es abgeben. Das ist falsch. Anrichten. Aber wir haben es geschafft. Wie? Hallo? Gar nicht so schwer! Nöööööööööööööööööööööö. Möchte einer von euch jetzt mal ansagen? Du machst das ganz gut. Die beiden willst du mal ansagen? Nee. Da kommen wir schon jetzt hier erst an, Alter. Darin willst du mal ansagen? Nee. Muss überhaupt klarkommen, dass er links und rechts fahren kann, Alter. So, Konzentration. Habt aber trotzdem Spaß. Fahrer, bitte fahren Sie. Fahrer, bitte fahren Sie. Ja, Maul. Guck mal einer E-Mail jetzt hier. Oder auch Maul, Alter. Ja, der später macht... 940, Leute. Wir müssen aufpassen. Was ist das mit den Winden? Oh, schöner. Schöne Tacos, Alter. Gloritus. Ja, ist dasselbe. Ich bin bei Weiden. Äh, bei Elektron. Einmal Reis, einmal Scharnbärm. Äh, Entschuldigung. Einmal Scharnbärm, einmal Fleisch. Eure Reis. Was, was mach ich denn damit? Oh. Haben wir schon gebratene Champignons? Ja, sind in dem einen drin. Wo denn? Wir nehmen ein Burrito, du Hase. Was ist denn der Reis hier irgendwie drin? Ja, keine Ahnung. Hat irgendjemand draufgepackt? Deine ist fertig oder nicht? Ach, Champignons kann man abgeben. Fleisch kann man abgeben. Äh, danach nochmal Champignons. Abgeben. Hier, ich hab Fleisch über. Wir haben keine Pfannen mehr. Fleisch über. Äh, hier. Ja, warte, warte, wohin denn? Ja, ich hab keine Teller. Ja, da musst du mal putzen. Das musst du eigentlich... Alter, was ist hier los? Äh, Fleisch und danach wieder Champignons. Ja, ich hab keine Pfanne hier. Ja, der ist hier drüben. Warum auch immer? Wir sind hier bestens organisiert, Alter. Boah, ich hapert's mal wieder. Ihr habt ein Reis. Tschüss. Wo bin ich hin? Hier fehlt noch ein Fleisch. Und einmal Champignons. Mit unserer Pfannen nicht? Wo sieht denn die Pfannen, Alter? Ja, ich klapp die hier abgestellten, weil das noch durch ist. Hier, wo ist denn jemand Teller, Fräulein? Ja, ist am Teller. Hier, das ist noch nicht fertig. Ja, ich kann da nix reinlegen. Ja, du musst die Smette braten. Deine Pilze sind da nicht durch. Die sind da durch, Alter. Hier fehlen danach nochmal Fleisch. Brauch noch einmal Reis. Reis reicht erstmal. Die Teller sind noch schmutzig. Zweimal Champignons. Raten bitte. Ich schau mal Borytos auf die Teller. Mach ich. Oder machst du? Zweimal Champignons drauf, genau. Du dir nigger. Ganz ehrlich? Wo ist unsere Pfanne jetzt hin? Ach, die ist hier gespawnt. Wir brauchen hier noch einmal... Ja, heil doch. Toll. Wir brauchen noch einmal eine Pfanne. Was ist denn die andere Pfanne jetzt? Ja, ich hab doch schon Burritos. Fleisch haben wir doch hier. Fleisch einmal Reis. Fleisch einmal. Hab da nochmal. Ey, gib meine Pfanne hier. Wir brauchen noch einmal... Armbion. Ja, bleib doch mal cremy. Kommt doch rüber gelatscht. Weißt du, weil ihr so faul seid und das nicht abholt. Ich hab meine Pfanne jetzt. Das ist falsch. Mann, wer hat denn das gemacht? Ups. Stimmt Sari, Alter. Ups. Ja, toll. Ich hab mich schon gleich mit entsaugt. Das war ich. Aber das ist denn hier mit eurem Reis da. Der fackelt da ab. Können nur noch ding 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 ding. Ey, die kriegen da oben Angst auf die Kette. Wo bekommen wir denn die Pilze hier? Von drüben, oder was? Jetzt staut sie hier schon wieder alles. Ach, scheiße. Jumpies sind noch nicht fertig. Äh, Schampion und Fleisch. Du musst Pilze rüberwerfen, Claudi. Geht. Äh, Schampion und Fleisch noch immer. Ja, bleibt doch mal entspannt jetzt, ne? Wenn ihr da vorne nicht aufs Knie kommt. Na, das ist ja nicht unser Problem. Sagt, da habt ihr Reis. Und ein Fleisch. Damit ihr euch nicht mal um die Ohren hauen könnt, Alter. Damit ihr mal wisst, wie das läuft. Ja, mal Schampion bitte. Du erst. Ja, muss noch kochen. Warten. Wir sind jetzt grad Punkte nur noch. Nein, bruh. Komm ich dran? Nein, mal Schampion. Was ist mit dir weinen? Nein, wir haben auch. Scheißen Dreck. Ja, das reicht aber. Das ist krank. Ei, 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 ei. Ja, so sieht halt eine organisierte Küche aus. Einmal verkehrt abgegeben. Ja, das liegt da nur noch mehr an euch. Kann ich mich auch ändern, Alter. Nee. Das musst du, ja, das muss jetzt immer. Kannst du auf Startmenü machen, wenn du jetzt hier beim rumgucken bist. Der Startrücken. Mensch, hier ist ja noch jemand live. Jaaa. 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 Was ist jetzt gerade? Oh nein, Kevin Level. Geil. Fertig. Was denn los, Busfahrer? Ich hab ja gewartet hier, bis der Koch eingekült ist. Oh, das ist das mit dem Aufzug. Mhhh. Oder? Oder was ist denn, Alter. Das ist richtig fickig. Ich bin auch schon wieder ein Mix. Oh. Ich bin rechts oben. Ich bin das Mäuschen. Hi. Ja, ich brauch hier mal was hier. Zutaten. Kanäle und Fleisch. Kann ich das zu mir? Ja, was soll ich denn damit? Kollege Butterbirne. Ja, was schmeißt du denn da zu mir? Ach, die Kanäle, danke. Mäuschen. 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 Das ist cool. Das gefällt mir. Mäuschen. Digga, ich brauch das hier unten. Watt denn? Ja, Miel. Ja, da hast du Miel. Guck doch hier. Digga. Ihr macht mich fertig. Ja, erschlag mich doch damit. Noch mehr bitte. Danke. Super. Digga, es reicht. Hallo, Fräulein da oben. Es reicht. Ja. Na, merk das selbst. Wo soll denn das hin? Die Karotten. Wo soll denn die Kanäle hin? Ja, nach unten. Okay. Jetzt ist hier runtergefallen. Du musst das dünsten. Du musst das dünsten. Du musst das dünsten. Ey, krieg doch schon wieder Pickel hier am Hals. Ich geh mal eben zum dünsten. Ey. Ich geh mal bitte qualifizierte Personal kriegen. Ich hab doch keine Ahnung, wie das dünsten geht, Alter. Wenn du ne Schale oben hast, dann kannst du das dünsten. Ey, Digga, hau mir das doch hier nicht um die Ohren. Ich werd jetzt langsam ein bisschen mad. Was brauchen wir denn jetzt? Ja, kann man abgeben. Du wirst es nicht mehr pflegt oder so. Wir werden kann man abgeben. Ja. Äh, Karotten mischen. Hammer. Hast du drin. Danach einmal Fisch einfach hier hoch, bitte. Geschnittener Fisch hier hoch. Ja, ich kann unten nicht schneiden, du Pappnaser. Ja, hast du deinen geschnittenen Fisch. Jetzt aber ein gedoppelt Ding, Alter. Der ist nicht geschnitten. Ja, weil die Bretter hier oben sind. Ja, dann können wir neu starten. So, das kann ich nicht schon für deinen Sub empfehlen. Danke dir. Vielen Dank. Sag mal Mehl. Dann können wir neu starten. Ich krieg das da oben noch gar nicht auf der Kette, Alter. Sari, willst du schneiden oder dünsten? Ich glaube, ich möchte schneiden, weil dünsten. Dann gehe ich dünsten. Barotte Mehl. Barotte und Garnele. Ja, ja. Der muss hoch. Ja, bin auf dem Weg. Ja. Gibt nicht schneller. Wir können ja mit dem Möhre. Wir können ja eine Ahnung schieben, oder? Ja, schon mal anfangen. Hier unten. Danke. Danke. Merci. Dann ein bisschen. Fisch für mich. Da oben. Dünster. Was ist denn mit dir? Pennst du? Ich warte, dass ich da mal was nehmen kann. Vielen Dank. Dünster. Das ist Norbert. Was ist denn mit dem Fisch um mir? Oh, Mehl? Ich geh mal mit hoch. Einmal abgeben. Einmal abgeben. Nee, das sind noch fertig. Garnele. Oh, Mann. Dann bitte einmal Karotte. Ja, da müsste mir halt die Garnele rüber rechnen, damit ich schneiden kann. Nach Karotte, Fleisch bitte. Oh, das Mäuschen ist so süß. Ja, aber passt ja nicht zu dir. Wow. Ja, was ist denn? Hier, Fisch kann man abgeben. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn jemand? Karotte, Fisch, Fleisch, Fleisch. Die können wir beim Patty runtergeworfen, oder? Ja, wo sind denn die Karotten? Hier hast du einmal... Nee, das ist falsch. Das dicke Schnitte gebracht? Ja, und bis auf den Fisch. Kannst du werfen, genau. Ja, da außer... Meine Güte! Ja, aber was ist denn los mit dir? Meine Güte! Ist doch okay jetzt. Hört mal cremig. Danke, Elektron. Dann noch einmal Fleisch? Ja. Da liegt ein Patty linksweiten. Ey, ich brauche mehr, ihr Ficker. Was ist denn los mit euch, Alter? Ey. Es wird doch die größten Pappnasen, die es gibt, Alter. Kann ich nimm deine kleine Karotte mit? Schimpanse. Was für ein Schimpanse? Einmal Karotte. Einmal Fisch. Äh, einmal... Ja, ey. Ich hab nix, Alter. Ihr macht hier die dicksten Dinger. Ihr lasst hier die dicksten Eierklöten wachsen, Alter. Und kommt nix. Oh, scheiße. Kann ich nicht Bonbon machen. Ja, wir haben keine Karotten. Nimm deine Karotten, bitte. Bitte. Ich weiß nicht, ich wird Pflech. Einmal Fisch. Einmal schneiden, bitte. So, das kann man... Nicht abgeben. Kann man halt einmal Karotte nicht. Einmal Fisch. Du gehst doch eh nicht hochwandeln. Den Fisch brauch ich oben. Gib doch mal... Halt's Maul, Mann! Frische Teller oben. Keiner. Ey, das können wir besser. Komm schon. Ach... Eieieieieieieiei... Das war nen Satz mit x, ey. Ja. So, könntest du dir... Echt den Schneiden. Mh, das lief auch richtig cremig, ey. Bisch gehört zu mir oben und hast alles geschnittene runter.